Na ihr hodens? Heute mal ein etwas anderes Video. Meine Gedanken zur E3 in besonders aktivem Format. Als erstes, ja Rodes konnte alles nicht sehen, weil er in die Schule musste. Besonders Nintendo konnte er nicht sehen. Ansonsten hat Sony Microsoft ganz schön rektar genommen. Mit Anlauf. Ich finde das ist gutes Marketing. Mit einem Augenzwinkern zur Konkurrenz finde ich sehr geil. Es gibt da so ein geiles Video über das Sharon von Spielern. Das kann ich mir in der Beschreibung verlinken. Und, jo, hat sich gelohnt so lange wach zu bleiben. Mein Penis ist steif und äh, ich bin müde. Ne, Klartext, ähm, 399 Euro ist echt ein Kampfpreis. Ja, also die von Dings ist ja hier von Microsoft ist 100 Euro teurer. Jo, hm, 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 hm. Ne, ich muss sagen, also, mir hat so, der letzte Hammer hat mir auf der Sony Pressekonferenz gefehlt. Die Microsoft Pressekonferenz war viel besser als ich erwartet hätte. Top Ding. Die anderen fand ich ein bisschen dünne, aber alter. Micro, ach, fuck, man. EA, Mirror's Edge 2, man. Das ist alles, was zählt. Übelst geil. Ähm, jo. Und ich finde von Watch Dogs, äh, je mehr die zeigen, geht so ein bisschen, die, äh, das Interesse flirten bei mir. Äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Schreibt die Scheiße mal in die Kommentare. Lasst uns mal in den Commentaren, äh, lustigen Mitmachspaß praktizieren, hm, hm, hm. Und ich gehe jetzt erstmal schön kacken, hm, 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 hm. Peace. Untertitelung des ZDF, 2020